jo Leute was geht bei euch tab und willkommen zu einem youtube video tag 21 ohne GTA 6 release ich hoffe man versteht mich gut da ich in den letzten Aufnahmen gemerkt habe dass die Audioqualität nicht so gut war braucht keine scheiße wir stehen kurz vor neujahr 2024 bleibt alle gesund und einen guten Rutsch bis morgen ciao